Matagos, 30 Tipps für eine erfolgreiche Mathematik-Matura. Tipp Nummer 16 behandelt die Anzahl der Lösungen von Polynom-Funktionen. Ihr solltet euch merken, Polynom-Funktionen geraden Grades haben immer zwischen 0 und n Lösungen, also je nachdem wie groß der Grad ist. Währenddessen ungeraden Grades haben immer zwischen 1 und n Lösungen. Was bedeutet das? Wenn ich jetzt zum Beispiel, ihr werdet jetzt nie so eine Funktion haben, aber eine Funktion 9. Grades habt, dann gibt es 1 bis 9 Lösungen. Die erste Ableitung davon ist dann 8. Grades, also gibt es 0 bis 8 Lösungen. Und die zweite Ableitung wäre dann 7. Grades, da gibt es dann wieder 1 bis 7 Lösungen, weil eben wieder ungerade. Was würde das für diese Funktion 9. Grades bedeuten? Die Funktion hat zwischen 1 und 9 0 Stellen, zwischen 0 und 8 Extremstellen und zwischen 1 und 7 Fändestellen.